Drei, zwei, eins, klappe! Das ist jetzt mein allererstes Selfie-Video und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Wahnsinn! Drei Jahre Ausbildungszeit. Fast vorbei. Im Grunde nur noch ein knapper Monat und eigentlich auch nur noch die Prüfung. Mehr habt ihr gar nicht mehr in der Ausbildung zu absolvieren. Dann ist die Zeit schon vorbei. Hallo liebe Azubis, auch von mir alles Gute für die bevorstehenden Prüfungen. Ich bin sicher, dass ihr gut vorbereitet seid und mache mir keine Sorgen, dass ihr das nicht bestens performt. Liebe Azubis, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Prüfung. Ihr schafft das, wir glauben an euch. Ihr packt das, ihr macht das. Hallo liebe Azubis des Jahrgangs 2018. Ich wünsche euch auch an eurem zweiten Tag viel Erfolg für euer Staatsexamen. Ich bin mir sicher, dass ihr es wochen werdet, dass ihr das schafft und freue mich drauf, euch dann als frischgebackene Notfallsanitäterin zu sehen. Eine gute Prüfungszeit euch. Viele Grüße. Liebe Azubis, auch von mir die besten Wünsche für euer Staatsexamen. Den einen oder anderen sehe ich in der Prüfung. Den anderen wünsche ich natürlich auch viel Glück. Ihr werdet es schaffen. Und ja, bald sehen wir uns als Notfallsanitäterin. Ciao. Auch von mir liebe Azubis, viel Glück, viel Erfolg. Wir denken an euch, an die Zeit und ihr schafft es alle. Ihr wart viel in der Klinik, viel in der Schule, viel auf der Rettungswache. Habt viel gelernt, viel Wissen anwenden können und erproben können. Wahnsinn. Und die Zeit ist fast vorbei. Bald dürft ihr verantwortlich selber auf dem RTW sitzen und eure eigenen Einsätze vernünftig und erfolgreich abarbeiten. Hallo liebe Azubis, viel Erfolg bei den Prüfungen. Haltet durch. Wir drücken euch die Daumen. Wir haben euch extra die Sonne bestellt. Auch von mir alles Gute. Glück brauche ich nicht, weil ihr das ja sowieso schafft. Viel Erfolg und bis bald als Notfallsanitäter. Fakt ist, die drei Jahre, die sind, ja, ich finde, viel zu schnell vergangen. Ich weiß, dass ihr das packt und ich weiß auch, dass ihr das wirklich gut packt. Ja, ich bin wirklich voller Zuversicht, dass ihr nicht nur die Prüfung oder die Prüfung M wirklich mit Bravo meistert, sondern dass ihr auch nachher einen wirklich guten Job da draußen macht. Alles, alles Liebe und Gute. Viel Glück für die Prüfung. Schafft's gut. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ja, für eure. Jetzt sieht man das. Tipp Prüfung. Ich freue mich, euch am 01.10. hier als neuer Notfallsanitäter begrüßen zu können. Alles Gute. Hallo, liebe Atubis. Ihr packt es. Das wissen wir. Toi, toi, toi. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg für eure Prüfung. Ich freue mich, euch als Notfallsanitäter wiederzusehen. Ich bin mir sicher, ihr rockt das ganz ohne Probleme. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ein bisschen Glück auch manchmal dabei. Und immer die richtigen Antworten. Wir wünschen euch viel Erfolg. Ihr packt es. Viel Erfolg für eure Prüfung. Und hört endlich damit auf, auf mir herum zu drücken. Wir wünschen euch... Ja, ich komme fast. Ich komme fast.